Welcome back, friends, zu einem weiteren Video Keg Island mit Teddy und DJ Johnson im Chat und im Sparfen-Check. Hast du die Sniper gesehen? Ja, wir haben Glück, Freunde, dass ich heute hier sitze mit einem strahlenden Lächeln und nie ohne Zähne. Das wäre fast ohne Facecam gewesen. Du musst dich noch online schalten. Achso, bin ich nicht online geschalten? Ich bin noch nicht online. Das kann ich nicht beitreten. Ich bin aber online geschalten. Achso, bist du schon am Spiel drin? Ja, Schatz, übrigens, danke für 32 Monate. Aber ich weiß nicht immer, wie lange ich schon auf Twitch bin. Nee, ich habe gerade das Spiel gestartet. Und hat sie so Kunststoff hingemacht, der mit UV-Licht. Genau. Marcel? Sag ich doch. Jona? Jona? Könnte sein, dass nächste Woche eine Spurz mit dem Urlaub. Äh, mit dem Homeoffice. Na, wenn müsstest du dann... Weiter eine Kollege macht hier, ähm, Urlaub nächste Woche, den ich quasi mit unterstütze. Da siehst du mir das alleine. Nein, nein, um alles kümmern. Mit der Azubine? Nee, nee, die nee. Was war der andere? Außerdem ist es eine Werkstattente. Das ist ganz was anderes. Was, eine Werkstattente? Aber eine heiße Werkstattente. Nie so eine mit kurven Ständengang, sondern eher so eine. Weißt du, die lässt nicht schrauben, die schraubt selber. Oh ja, oh ja. Nee, nee, die schraubt wirklich selber. Ja, das sag ich ja. Sie lässt nicht schrauben, sie schraubt selber. Das wäre der große Unterschied. Das ist in der TU Freitag. Das ist immer so ein Rennauto. Das ist doch geil. Die studiert Maschinenbau. Nee, Maschinenin... Ist Maschinen-Urtschasswissen oder sowas? Irgendwie sowas. Ich hab's schon jetzt nicht gemerkt. Huh! Jetzt bin ich drinne. Ähm. Wand gespeichert. Augenart drin. Ähm. Hä, wir haben doch hier noch eine Nebenmission, eine blaue. 13. Juli. Mist. Es kann nicht einfach sein, ich bin hier. Ähm. Ist jemand kreiert? Wo? Wer sich eine Commerce-Bar bei mir reingedrönt hätte? Bin schon da. Ach so, das ist er. Ich bin 23, 24, 24. So, das ist mein Speed gesendet. Ich hab mit dem Randall nur die Neben, die ist zwei Suchmeldungen und die eine Nebenquest macht, die wirk macht, dann haben wir aufgehört. So, hier unten ist ne blaue. Halt! Ah, halt genau, und die haben wir gemacht, stimmt. Genau, hier, wo der Bück dich, Klaus am Boden liegt. Genau, das war dann die letzte, was wir noch gemacht haben. Das war's dann. Bück dich nochmal, Kunde. Ich weiß, was du bist. Ich weiß, was du bist. Das macht einen von uns. Danke, David. Bergen ist eine Hilfe. Geil. Das war's, was du bist. Das war's, was du bist. Das nächste, was du sagst, ist, dass ich dich auch vertrauen kann. Ich vertraue niemandem. Wer hat das von dir getötet? Denise! Sie kam in, als ich nicht hier war. Without... ...meine... ...permission. Und sie hat die Pfanne getötet, und sie kann das nicht tun. Das ist falsch. Hey, calm your wubble. 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 What's your name? Luther? Cool me. Look, I'll have a chat with Denise. I'll have a chat with Denise. Sort this out, yeah? Why? She wants that. She wants you to talk. Dann machst du eben Donnerstag. Und du wirst nicht noch einen Knickle. Ich bin nicht so. Mein Freund Byron, er wird es sehen. Alter. Johnny, gut. Harry, du bleibst. Du bleibst. Ich bin zu einem Amex am Ausklift. Ich habe ihn nicht verloren. Ich habe ihn nicht verloren. Ich habe ihn nicht verloren. Ich habe es geschafft! Die Playstation Network geht wieder extrem langsam. Ein paar Mal weiter. Du kannst sie liegen. Ja. Bei mir auch. Gut, an deiner Leibplatz. Ich bin selbst bei der Telekom, also kann auch liegen. Ne, zur Zeit lang... Oh, fast. Wodafund waren sie übste Probleme. Also Handynetz. Die kommen laufend nicht durch. Ich habe auf dem Handy schon O2. Perfekt bin ich bei 1 und 1. die sind so lange im Netzausbau. Die sind so lange im Netzausbau. Da ist dort mit der Runde. Sie sind so lange im Netzausbau. Die sind so langsam im Netzausbau. Achso. Ach komm, leck mich nicht, da kann ich es jetzt nicht öffnen, dann ist das so. 1&1 auf Ehre. ABC, welches Neuformanz. Ich habe noch 10.854 E-Mails zu sortieren, Haumerk. Das klingt wild. Das hatte ich jetzt mal vor kurzem. Also, Kofferschlüssel für den Mailkopf. Naja, das dumm ist aber, bei mir sind teilweise Sachen dabei, die noch geschicht ist. Also muss ich wirklich jede Mail anklicken. Das ist nicht so gut. Du musst die Nebenquest nachher auswählen. Hätte ich die einfach leer gemacht, aber nee. Das geht hier nicht. Ich habe dir die auf Insta geschickt, die Benni von Curtis. Naja, kann ich aber nicht ändern. Aber ist er wieder schwimmen? Du musst in den Ring. Ich habe im Büro genug Zeit. Also, ich konnte endlich mit einem den���ylten Rezept, der genießen beforer. Ach. Aber ich verließe das! Ich kann nicht Considering hier suchen. Ja! Das geht natürlich nicht mehr. Der Brot war schweig. Ava und Ken waren so schlecht, dass ich es rausgebracht habe. Hm, schweig. Was machte das schweig? Ich will nicht wissen. Ich konnte es nicht näher sein, ohne zu schweig. Ich habe es nur auf den Schrauch. Schau, der Mann ist freigierbar. Ich werde diesen Brot schrauben, sehen, was wir tun können. Alles klar, geh raus. Aber wenn er nicht entspricht, er geht nach dem Schrauch. So, suche den Müll im Keller nach Lufors Stinktasche. Das hätte ich jetzt schon durchgestiefelt hier. Lauter, weiß ja, wo wir hin müssen. Muss mal bei Anfragen hoch, um die Alte. Ach so, nee, da könnte ich jetzt nie reinstehen. Machen wir dann gleich, ABC. Ich will bloß die Teddy den ganzen Spaß alleine haben lassen. Okay, gleich zusammen. So bist du eben nicht ein Stück Scheiße, du Elendist. Du kannst ja glauben, dass du das Flüggrad von mir geklaut hast. Oder bist du Eiszeit und hast du auch der Schworder mit? Nee, ich habe ja geschaut, der Schworder muss nimmer... Ich habe da reingeschrieben bei ihm in den Chat, du Dieb, du hast das von mir geklaut. Ich hatte als erstes so ein Flüggrad, da hat er ja nicht darauf geantwortet. Okay. Ich glaube, wenn der mal möglichst rauszieht, da kriegt er die Krise. Da dreht er richtig durch. Oha. Hunde. Oh, das sollte ich schon öfter mal machen. Ich kann doch mal reinsliden in die Krise. Yay. Sind wir nicht überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung, ich bin dir hinterher gefahren. Ich dachte, du wirst, was da geht. Naja, wir müssen hier rüber. Oh, du wirst, was da geht. Oh. Uh. Da ist er, kriegst du noch. Ach du Scheiße. Wir wollen mich nicht mehr aufmachen. Oh, was ist denn das für eine Striche, wenn Tedias, die hier schon liegen sind? Crack Junkie, Heroin Note. Ich komme ja schon. Ach so, hier ist auch nichts Besonderes. Okay. 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 Bis er explodiert. Oh, Stato. Stimmt, wir sind ja im Schlüsseldienst zu verladen. Superwunde. Insektenler. Krass, was für alles rumliegt. Prusibel. Ich muss morgen auch mal einen Namen vertreten. Ach so, was legst du damit? Ich habe diese Flüge. Der, dessen Namen wir, die, dessen Namen wir nicht aussprechen dürfen. Ja. Naja, weil die hat Eurazubine gesehen. Nee, nee, ich habe einen schönen Geschehen gehabt, so in meinen Rundfüß, den ich überhoben habe. Ein neuer Tag, neuer Job. Da haben sie natürlich alle anderen gefragt, dass sie bei dir durch. Das war richtig, wie ist das dein Potenzial? Ich bin gleich, für einen Moment, ich bin gleich wieder da. Naja. Da haben sie mich blöd angeguckt, ey. Da kam so die Frage, wie hast denn das geschafft? Das war richtig, ja, still. Wie jetzt nochmal, ich konnte jetzt nicht ganz folgen. Ne, pass mal auf, die hatte, die hatte mir geschrieben, gab, weil ich, ich habe eine Rundfüß geschrieben, an alle, so aus meinem alten Freundeskreis, so, so geschrieben, neuer Tag, neuer Job, so. Also es ist hier, ja, im Bezug auf Büro. Genau. So, und da haben sie dann gefragt, ähm, warum, äh, warum ich mich nicht vertreten habe, wo ich gearbeitet habe. Das war ein Wunderbein, Simon. Da hat sie gefragt, was ich dann mache, da hast du doch nicht, dass ich im Büro da habe ich vertreten kann, ja. Da hat's geworfen, wie hat's denn das geschafft, so zeitig, aber ich, gill, danach erstellst du. Oh, ich hoffe, Alter, dass die an ihrem Neid erstickt gerade und sich daheim in Schlaf weint oder masturbiert. Ja, das ist das schön. Ich weiß doch nicht, ob ihr das überhaupt macht. Wenn's denn nicht, aber Frauen müssen da auch checksen, obwohl, ne, ne, müssen sie nicht. Ne, das ist ein Gerücht. Keine Ahnung, warum Frauen das nicht müssen. Weil Männer sind da anders. Ey, wieso ist die jetzt so auf einmal gestanden? Schlampe. Guck mal, ich muss erstmal ohne Wasserhebel betätigen können. Naja. Ja, ist klar. Fress Granaten, ja, frets. Aber ABC mit dem Level 30, das finde ich echt spannend. Ich hoffe, das fixen die noch, bei Zeit. Ja, hat er doch auch nicht reingefickt, ja. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht alles mitkriege, tut mir leid. Sonst kommt ihr immer zu mir an und wollt die neuesten News wissen. Wann denn? Ja, das hat richtig nicht. Dann kriegst du mir noch so ein Video wie heute früh. Naja. Naja. Muss es auch geben. Guck mal, sonst gucken wir ja nur hochwertigen Krypto-Content. Oder überwiegend. Ja, okay. Hoffen wir mal. Wenn es um XRP geht, ne, weil du meistens immer keine Ahnung, wie das funktioniert. Nein, das hat richtig. Ich frage mich, was mit den ganzen Typen ist, wenn es dann mal durch die Decke geht. Ach, die Bärnfäner, eben. Ob die sich dann weinen, wenn sie schlafen, masturbieren? Weil, wieso habe ich eine Raserei verloren? Ich habe es vorne eingesetzt. Ich frage mich, wenn ich das jetzt alleine regeln lassen, oder? Ich frage mich noch ein bisschen mit hier. Und boom. Und dann machen wir mal den Kanal. Oder ich mache den Kanal, genau. Oh, hä? Dreckvieh. Das ist ein kleiner Bastard. Alter, du kleine Stricher-Fotze. Ja, ja. Mir geht er auch gerade auf den Sack. Und jetzt haben wir von beiden Seiten gesandwiched. Geil. Dreckvieh. Ah, richtig. Wäre gefickt. Jolla. Ja. Irgendwie kommt die Knochen mir vor wie so ein Knicker. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das stärkste Scharfschutz in dem Spiel ist. Der war wieder der Aim-Max am Start. Der Aim-Max ohne Aim. Das ist quasi Aim-Lost. Ja. Daher kommt bei einem Streamer Lost auch der Name. Auf YouTube hieß der mal Lost Aiming und auf Twitch hat er sich der Norderlost genannt. Ich habe nur eine Person, die Lost ist. Oh, die blöden Schwarzen. Und das ist dieser Krypto-Strecher. Dieser Krypto-Strecher. Krypto-Gang? Hä? So, hier brennt noch alles. Ich würde ja schon mal, aber... Ich dachte, ich müsse heute Jolla direkt mit Rage in den Tag schicken, ey. Absoluter Hammer. Nee, aber ich habe wirklich, ich dachte, habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendwas falsch verstanden bis jetzt oder so? Nö, das hätte ja auch sein können. Mein IQ war einfach wieder zu niedrig, um das zu verstehen, was er dort vorgerechnet hat. Das kann natürlich auch groß aus sein. Aber wenn du dir das mit deinem hohen IQ angeguckt hast und du auch gesagt hast, das hier bist du nicht sauber, dann... Dafür braucht man keine Kusen, das anzugucken. Ah, das habe ich mir im Namen hinein auch so gedacht. Vor allem, ich verstehe nicht, der hat ja erst XRP verstanden, warum der jetzt mit einer falschen Berechnung um die Ecke kommt. Wer weiß, wie er Quandt als nächstes berechnet hat. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Typ in seiner Tasche hat. Oh, ist das eine Roboterhand zum Wichsen? Nee, Alter. Das ist Spyron. Oh, der Typ hat noch eine Marke. Der hat wirklich einen Dachschaden. Hat er dem Ding jetzt 5 gegeben? Gell du, Faust? Hm. Hey, und in der Nacht kannst du auch die Fremde sein. Warte. Ach, gut. Alter. Oh, neustische Stole gekriegt. Hemmungslosigkeit. Waffen. Wenn du eins um die Töte hast, wirst du... Hemmungsloser das verstümmen lassen. Oh. Oh. Gleich mal zur Werkbank. Wo ist sie denn? So, die lilanen Waffen sind da. Irgendwann nicht mehr krass, ne? Nö, ich tue es ja jetzt nicht mehr upgraden. Das einzige was ich upgraden tue ist meine, äh, meine, meine, sag schon, die, 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 äh, wie heißt sie denn jetzt? Die von Kurt, das ist die einzige wo ich upgraden tue. Da hat er ja gesagt, es ist der beste im ganzen Spiel. So, 14 Meter in den Stahl. So, wo war ich denn jetzt hier? Ach, schau ich gar nicht, den Scheiß kann man da hochverkaufen. Äh, 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 äh. Das sieht ja lustig aus, das kannst du aber nicht reden. Badenschutz. Analerschutz? Mhm. Oh, mal ein bisschen Kohle ausgesehen. Was ist denn eigentlich mit dem ganzen Mal hier, ABC? Würdest du die weghauen, oder? Welche? Nö, die ich hier umspinnt hab, die man mal nach Mission gekriegt hat, wie ein Beziehungskiller, oder? Äh, es gibt Waffen, die kannst du nicht verkaufen, oder nicht recyceln. Ach so. Ja. Okay. Okay. Zum Beispiel wie das Scharfschutzgebiet von Curtis, kannst du nicht verkaufen. Dann Okami und Whisky, schwarze Magie, Rabe und, äh, Magenbypass. Das sind Waffen, die kannst du nicht recyceln, nicht verkaufen, das sind Questgegenstände, wo du gekriegt hast. Okay. Demzufolge, Anal. So, wir warten jetzt die Karte hier. Hatten nur noch andere nebengefasst? Die Karte war im großen Salon. Ich hab mal Falschloof. Hier wo ich bin. ja der willy hilf soll es angeblich noch drei nebenquests geben aber sind noch nicht aufgeführt ja ich glaube da musst du erst jetzt die hauptwest man damit wieder neben köst kriegst du wahrscheinlich na dann machen wir hauptwest weiter wenn ihr sehen wollt wie es weitergeht was mit unserem blut passiert ob wir aids haben tripper oder wir fassen den in die schlubber dann schaltet im nächsten video wieder ein in dem sinne es macht spaß es macht lauter aus der arzt alle glauben